Moin moin, lieber Factorio-Spieler, lieber Senior, liebe Senorita. Da geht man einmal kurz unter die Dusche und schon sind die neuen Factorio Friday Facts am Start. Also warte ich nicht lang und wir gucken mal in den Blog-Eintrag der Entwickler hinein, was sie denn diese Woche für uns parat halten. Ein klitzekleiner Spoiler allerdings, denn es gibt am Ende des Blog-Eintrags eine echte Jobs-Botschaft. Aber dazu später mehr. Ich kann nämlich sehen, dass das Intro daneben mir steht und das möchte eingeblendet werden. Also müssen wir uns kurz gedulden, weiter geht's nach dem Intro. Und der Blog-Eintrag Nummer 278 befasst sich mit dem Gürtel bzw. der Hotkey-Leiste unten am Bildschirmrand. In einem vorangegangenen Friday Facts Video haben wir schon mal darüber gesprochen, weil dieses Feature von den Entwicklern während eines Blog-Eintrags angekündigt wurde. Ein kleiner Recap, was sich denn verändert. Während aktuell in Version 0.16 der Gürtel einfach nur als erweitertes Inventar dient, wir also Gegenstände von unserem Inventar in den Gürtel verschieben können, um dann mit Hotkeys darauf zuzugreifen, wird das alles ziemlich anders werden ab Version 0.17. Denn dann arbeitet der Gürtel nur noch mit Filtern. Wir können das hier unten ganz gut sehen. Wir stellen zum Beispiel den ersten Item-Platz hier unten mit einem Filter ein und sagen, dort sollen die gelben Förderbänder hin. So wie es momentan ist, würden hier dann ohne Mods 100 gelbe Förderbänder landen, die wir dann in die Hand nehmen können, um sie zu platzieren. Wenn dieses Feld dann irgendwann verbraucht ist, müssten wir aus unserem Inventar neue Förderbänder herausnehmen und wieder unten in den Gürtel packen. Das alles bleibt uns aber jetzt mit der neuen Methode erspart, da das hier unten keine Inventarplätze mehr sind, sondern nur noch Verweise auf unser Hauptinventar. Wir setzen also den Filter und wir sehen, wie viele gelbe Förderbänder wir komplett mit uns rumtragen. Wählen wir dann hier unten per Hotkey oder per Mausklick die gelben Förderbänder aus, dann wird ein Stack aus unserem Hauptinventar genommen und wenn wir dann 10 Stück platzieren, verringert sich diese Zahl hier unten natürlich dementsprechend auch um 10. Um das Ganze auszugleichen, damit wir trotzdem so viel mit uns rumschleppen können, wie noch bei Version 0.16, wird unser Hauptinventar um diese 20 Felder hier unten erweitert, damit wir auch wirklich genau dieselbe Gepäckgröße haben wie jetzt. Das Ganze hat verschiedene Vorteile und Konsequenzen, die hier unten von den Entwicklern aufgelistet sind. Nummer 1, wenn wir Handcraften und wenn wir uns Sachen aus Kisten usw. nehmen, dann landen nicht ein paar dieser Items hier unten im Gürtel, denn wie gesagt, dort unten tauchen nur die Sachen auf, die wir auch wirklich gefiltert haben. Das heißt, diese komischen Momente, wenn man irgendwie Items sucht und die sind dann komischerweise im Gürtel gelandet oder man denkt, sie seien im Gürtel und dann sind sie in Wirklichkeit doch im Hauptinventar, wird es nicht mehr geben. Ein weiterer wichtiger Punkt, den die Entwickler aufzählen und auf den sie spekulieren, ist, dass die Spieler mehr Hotkeys benutzen werden, anstatt immer mit der Maus nach da unten zu gehen, weil man einfach als Mensch dazu tendiert, sich besser Hotkeys zu merken, die man selber festgelegt hat, anstatt die zu benutzen, die einem vom Spiel vorgegeben werden. Dann wird noch aufgeführt, dass sich um ein Inventar natürlich sehr viel einfacher zu kümmern ist, als um zwei und dass uns auf einen Blick die wirklich relevante Itemanzahl angezeigt wird. Wir erinnern uns, so wie es momentan ist, da kann man 100 gelbe Förderbänder unten im Gürtel haben und noch 700 im Inventar und man hat keinen Überblick darüber, wie viele es wirklich sind, außer man zählt nach. Mit der neuen Methode können wir auf einen Blick sehen, wie viel wirklich da ist. Das Auswählen der Items funktioniert wie gehabt. Mit Tastendruck auf 1 würden wir hier die gelben Förderbänder in die Hand nehmen, mit 2 die gelben Greifer, mit 3 die blauen Greifer und so weiter und so fort. Nun hat man zwei Gürtelreihen, nenne ich das mal, hier unten zur Verfügung. Die Entwickler sind aber relativ schnell darauf gekommen, dass das ein bisschen wenig ist. Deshalb wird uns die Möglichkeit gegeben, auf diese Knöpfe hier zu drücken, 1 oder 2 und dann ploppt hier dieses extra Fenster auf. Das klappt sich dann aus und hier haben wir dann bis zu 10 Reihen, wo wir unsere Filter setzen können. Hier oben sieht man zum Beispiel, dass wir einen, in diesem Beispiel auf jeden Fall, dass wir eine Blaupausenreihe haben. Hier unten dann eher mit Sachen so für den alltäglichen Bedarf. Hier dann die etwas besseren Sachen. Hier die ganzen Sachen, die mit Chemie zu tun haben. Hier bei Nummer 5 dann die Sachen, die man mit Zügen in Verbindung bringt. Und so können wir dann als Spieler reihenweise quasi Filter setzen, die für uns Sinn machen, dass man einen hat, wenn man Bahnhöfe baut, einen, wenn man sich um die Chemie kümmert, einen, wenn man Außenposten errichtet, einen fürs Militär und so weiter und so fort. Das bleibt also dann komplett uns überlassen, wie wir uns selbst das Leben am angenehmsten machen wollen. Mit Druck auf 1 und 2 können wir dann ingame ganz schnell und flink zwischen den einzelnen Reihen hin und her schalten und dann über die Hotkeys, wie eben angesprochen, die Items in die Hand nehmen und sofort platzieren. Eine weitere wichtige Neuerung ist der Ghost Cursor, also der Geistermauszeiger, wenn man so möchte. Sollten während eines Trips, wenn wir irgendwo einen Außenposten bauen oder sowas, uns mal die Gegenstände ausgehen und wie man hier unten sieht, zum Beispiel die gelben Greifarme ausgehen, dann können wir trotzdem den Hotkey Nummer 2 in diesem Fall drücken und haben dann sofort eine Blaupause von einem einzelnen Greifarm in der Hand und können ihn einfach platzieren. So können wir weiter bauen, auch wenn unsere Items gerade nicht mehr da sind. Das Ganze wird auch über die Pinpette, also wenn wir Q auf der Tastatur standardmäßig drücken, funktionieren. Ihr hoffert zum Beispiel über einen gelben Greifarm, drückt Q und ein weiteres Geistexemplar ist dann in eurer Hand, wenn ihr keine gelben Greifarme mehr im Inventar habt. Eine super Änderung, die das Leben, glaube ich, schon sehr viel angenehmer machen wird, weil man dann wirklich einfach zu Ende bauen kann, das, was man gerade angefangen hat und nicht auf die andere Seite der Map laufen muss, um sich neue Items zu holen, damit man irgendwie wieder Gegenstände platzieren kann. Man kann in Ruhe zu Ende bauen, läuft nach Hause, holt sich die Items, die man braucht, läuft wieder hin und baut zu Ende oder im besten Fall lässt das die Roboter erledigen. Eine weitere Änderung wird sein, dass man Blaupausen direkt mit Hotkeys in Verbindung bringen kann. Wir haben ja eben gesehen, dass wir diesen Gürtel aufklappen können und dass wir uns dann zum Beispiel eine Reihe mit Blaupausen zurecht machen können. Normalerweise müssen Items, die im Gürtel angezeigt werden, sich im Main Inventory befinden, in unserem Hauptinventar. Da die Entwickler aber auch der Meinung sind, dass es ganz schön ungeschickt und irgendwie unschön ist, die ganze Zeit dutzende Blaupausen mit sich rumzuschleppen, auch wenn es nur Blaupausenbücher vielleicht sind, die nur ein oder zwei Itemplätze belegen, wollen sie es umsetzen, dass man Blaupausen und Blaupausenbücher direkt in den Gürtel packen kann, ohne dass sie sich im Inventar befinden müssen. Das ist aber noch Work in Progress, da sind sie noch nicht ganz am Ende und müssen noch ein bisschen rumexperimentieren. Aber wieder mal eine Änderung, die das Leben für uns als Spieler sehr viel angenehmer gestalten wird. Ja, dann werden noch drei beziehungsweise vier kleine Punkte angesprochen. Und zwar, dass es auch Updates gibt, die nichts mit dem Interface, mit der Benutzeroberfläche zu tun haben. Da ist einmal noch das Fertigstellen der neuen Flüssigkeitsmechanik, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Da sind sie noch nicht ganz am Ende, müssen noch ein paar kleine Bugs fixen und noch hier und da ein bisschen tweaken und einstellen, kann man verstehen. Dann die Texturen für die hoch aufgelösten Gegner. Die Beißer und die Spawner sind schon fertig. Aber es fehlen natürlich noch die bösen kleinen Spucker, also die Fernkampf-Aliens. Auch die haben natürlich ein neues Gewand verdient. Und die Entwickler lassen sogar durchschimmern, dass sie überlegen, ob sie nicht sogar die Mechanik der Spucker ein bisschen interessanter gestalten. Was sie damit meinen, verraten sie nicht. Aber wenn ich persönlich an so ein paar Mods denke, wo Spucker zum Beispiel den Spieler mit so einem Glibber voll glibbern, dass man dann Movement Speed verliert und deshalb von den Nahkampfbeißern schneller erreicht wird. Oder dass die Spucker zum Beispiel explosive Geschosse haben. Oder dass die Spucker kleine Eier spucken, wo dann kleine Beißer draus rausplatzen. Da gibt es in der Mod-Szene schon ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Und ich bin gespannt, ob die Entwickler von Factorio an den Spuckern wirklich etwas außer der Grafik ändern. Und falls ja, wie sie diese Spucker jetzt etwas interessanter gestalten wollen. Dann gibt es natürlich noch das große Thema, dass die Factorio-Entwickler Perfektionisten sind, die auch wirklich ein rundum gutes Spiel abliefern wollen, wofür man sie ja im Grunde nur loben kann. Das bedeutet aber auch, dass bevor eine neue Version von Factorio erscheint, die ganzen Features erstmal getestet werden müssen. Das macht ja auch Sinn, denn wenn es auf dem einen PC funktioniert mit den einen Einstellungen, kann es auf einem anderen PC vielleicht schon in die Hose gehen und zu Komplikationen führen. Deshalb setzt sich die Factorio-Crew ein Wochenende oder eine Woche, bevor das Release veröffentlicht wird, wenn sie der Meinung sind, es ist fertig, setzen sie sich hin und jeder zockt eine Woche lang Factorio. Vielleicht mancher auch nur zwei oder drei Tage, aber er versteht schon die Idee. Jeder macht eine richtige schöne kleine Marathon-Session Factorio und guckt, ob alles rund läuft oder ob irgendwo noch Ecken und Kanten sind, die man weghobeln muss oder ob es sogar noch große Bugs gibt, die bis jetzt einfach noch nicht entdeckt wurden. Bugs ist auch das Thema vom vorletzten Punkt in diesem Blog-Eintrag, denn es gibt noch ungefähr 50 reported Bugs, um die sich die Entwickler erstmal kümmern müssen. Da haben sie noch nicht, weil sie so viel um die Ohren haben, darum gekümmert. Die müssen sie nochmal sortieren und gucken, was behoben wurde, was man beheben kann, was das genau für Fehler im Spiel sind. Das heißt, auch da haben sie noch ein kleines bisschen Arbeit vor sich und das bringt uns zum letzten Punkt der Hiobs-Botschaft. Angekündigt war der Release von Factorio Version 0.17 für Januar. Wird nichts. Nein. Die Entwickler haben gesagt, das schaffen sie nicht, sie haben noch zu viel zu tun. Das sind zwar, viele der Mechaniken sind schon im Spiel integriert, aber dieser letzte Feinschliff wird noch ein bisschen länger dauern. Sie wollen halt nicht die Version veröffentlichen, wenn sie zu 90% fertig ist, sondern wenn sie der Meinung sind, so, wir haben es wirklich so gut hinbekommen, wie wir können. Von daher müssen wir als Spieler uns noch ein kleines bisschen gedulden. Hier unten wird angesprochen, sie drücken sich diesmal schon etwas vager aus, als in den letzten Blog-Einträgen. Sie sagen, im Januar wird es nichts, sie hoffen drauf, dass es Februar wird, aber sie können nichts versprechen und wie immer werden sie eine Woche in den Factorio Friday Facts dann uns Bescheid geben, bevor das Release kommt. Also es wird nicht überraschend vom einen auf den anderen Tag geben, sondern sie werden eine Woche ungefähr vorher Bescheid sagen und sagen, so, ihr habt noch sieben Tage, genießt eure 0.16, wir sind soweit, sieben Tage, dann geht's los. So schreiben sie es jedenfalls hier. Ob es dazu kommt, das werden wir in Zukunft sehen. Wir sind am Ende des Blog-Eintrags angekommen. Ich bin der Seno, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und alles. Daumen nach oben, von mir aus auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat und schreibt in die Kommentare. Nicht unterschätzen, wie sehr mir das hilft. Und wenn es nur noch ist, Good Job oder Bad Job oder Seno stinkt, ist mir egal. Haut in die Tasten, Leute. Das hilft mir sehr und motiviert mich, wie gesagt, schön weiterzumachen. Und lasst euch auch bei mir im Live-Stream blicken. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr Großes, was ich noch loswerden will, außer ich freue mich über jeden Support, wenn ihr meine Videos teilt, wenn ihr mich bei anderen Leuten erwähnt und so weiter und so fort. Ich mache das Ganze hier für euch und ich freue mich, wenn der ein oder andere von euch mir dafür etwas zurückgibt. Also, habt einen schönen Abend, habt einen schönen Tag. Ich bin der Seno, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Ich bin der Seno, wir sehen uns beim nächsten Mal.